So hallo hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Franzl hier auf dem wunderschönen Planeten von Franzl. Und genau, wie ihr hinter mir so seht, ein Franzl Merch, wer das noch nie gesehen hat, also Franzl T-Shirts, hier gibt es schöne Franzl T-Shirts, Franzl Hoodies für die kalten Zeiten und eine Tasten, die richtig cool ausschaut und richtig viele Akzente hat. Und da gibt es so viele Mädchen, die könnt ihr in die Schule mitnehmen und ich würde schon sagen, dass ihr zu Weihnachten irgendwas wollt, jetzt einfach schon vorbestellt, sonst wird es zu spät und sonst habt ihr kein Weihnachtsgeschenk und ja das ist ein bisschen blöd. So ist nicht mehr als Franzl sein. Okay, ähm, oh, hallo, ähm, ja, 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 das ist meine Wohnung, ja, ja, was ist denn, ja, was müssen wir uns zeigen, du Fisch, na, 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 okay. Ich glaube, ich muss wieder Musik gehen runter. Was ist, was ist, warum, es war mein Österreich- Ja, er hat gerade meine Österreich-Flagen zersteht. Warum? Alter. Das ist ja... So. So. Ja. Ja was? Es gibt! Weisst du was? Ich zerstelle dir gleich aus. Warte mal. Hab ich noch so Bomben? Ich glaube ich hab noch so Bomben. Stimmt's? Bomben, 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 bomben. Bitte sogar. Ja, ok. Spreng mal wieder alles. Ich hab doch irgendwo so Bomben gehabt. Ja! Ist ja gut. Ich glaube ich hab die Bomben nicht mehr. Nein! Das ist eine Sache! Ah! Dies ist... Weisst du was? Da! Komm her! Jetzt hast du... Ok, das ist irgendwie durchgegangen. Ja, was ist? Weisst du was? Ich schmeiß hier alles weg. So. Ok, Spreng mal. Ich glaube ich nimm mal nur Energy Drinks mit. So. Ähm. Ja. Ich spreche es dir wohl noch mal, ja? Mit einer Spraycan. Ein Whole Whole Spraycan. Hallo, das Geräusch ist richtig cool. Ähm. Hallo? Ich glaub der ist gerade hier vom Balkon gesprungen. Die Außentaktiknummer. Äh. Genauer Sichtbarkeit ist Franz... In Franzl Marriage hier. Wie gesagt. Ui133.shop. Ähm. Und da kriegt sie das alles. So. Äh. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht. Äh. Äh. Habe ich noch mein Pad. Okay, da gibt es auch noch was. Äh. So. So. Und genau. Ich wollte das zeigen hier. Äh. Okay, glaub ich kann nicht zurück. Egal. Es gibt ja auch noch Rucksäcke und vieles mehr. Also wie gesagt. Er lockt einfach die U133.shop. Wo ist er? Wie sieht es? Hier. Schlauft er? Ähm. So. Oh. Ha. Ha. Hey. Bist du nicht der, der von. Der Detlef sie irgendwie angefreundet hat? Äh. Ja. Hoi. Oh. Hallo. Äh. Hallo. Ähm. Da gibt es. Hallo. Äh. Ja. Wo können sie nicht reden? Was ist das? Äh. Was ist das? Warte mal. War das? War das? War das so einer? Aus dem Krieg? Wer ist das? Äh. Was? Was ist das? Ein Hund? Was ist das? Okay. Ähm. Aber der Hund. Der Hund schaut richtig cool aus. Ich glaube es ist irgendwie so. Oh. Hey. Hallo. Da. Super. Hey. 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 confidence, Hey. 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 T Chris. Leider? Hallo? Bist du noch da oder wie du dir immer sagst? Oh oh. Ich glaube der Heu-Tipp der hat etwas komisches vor. Warum ist der eingesperrt? Ich weiß es nicht. Warum ist der eingesperrt? Okay. Ähm. Hallo? Okay, da ist aber keiner. Also ich weiß nicht wie das Heu bauen. Weil der natürlich... Ich weiß nicht warum der... Oh nein, der hat da vorhin auch noch was gebaut. Warum baut der ganze Zeit immer Heu? Wisst ihr das? So, ein Beut ist irgendwie da dazu. So. Ähm. Ja. Aber du bist du? Ich meine, wo ist der Besitzer? Äh. Der Typ? Kommt erst oder? Äh. Oh nein. Hallo? Hallo? Ja. Was? Was willst du? Greif an. Was? Nein. Warum? Greif an. Du schützt mir Geld. Du schützt mir Geld. Da ist der Geld. Bruder. Das ist kein Geld. Das ist... Bruder. Das ist kein Geld. Das ist Geld. Du musst fertig. Du musst fertig. Los. Greif an. Nein. Nein. Okay. Warte mal. Greif. Greif an. Was mache ich? Was mache ich? Ähm. Na. Du greifst mir Geld auch. Nie im Leben. Na. 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 Wo geht's Lebronski? Oh. 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 Schnell. Na. 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 Geh weg. Geh weg. Na. 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 Sag wo geht's Lebronski? Na. Okay. Bin doch nicht so. Parcours. Parcours. Lama angreif. Lama angreif. Greif an. Lama angreif. Lama. Lama. Aufs Lama gar nicht besser ergreifen. Lama. Transformieren. Transformieren. Weil hab ich noch irgendwas zum Affe bauen. Oh. Oh. Ich glaub aber nicht. Transformieren. Was ist Transformieren? Hallo. Transformieren. Transformieren. Äh. Ah. Ah. Hallo. Hallo. Detlef. Ähm. Detlef. Einbrecher gegessen. Einbrecher gegessen. Äh. Was? Ach so ist Lama? Hä? Dein kann ich jetzt fernschauen. Fernschauen. Fernseher. Ja. Ja. Fernseher. Ähm. Hast. Äh. Geh es noch nicht heute... Lieblingssender. Lieblingssender. Ja was. Oh na. Oh na. Oh na. Versteck geh. Versteck geh. Hä? Katze. Der Typ spreng ein bissel. Oh. Bago. Katze. Bago. Der hat letztens alles gepfringt. Bago. 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 Hallo. Bago. Bago. Katze. Bago. 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 Nein nein nein. Pass auf. Pass auf. Pass auf schnell. Bago. He. Feuer weg. Bago. 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 Hast du ihn gesehen? Bago. 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 Franz. Ja. Hallo Detlef. Bago. 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 Ich muss nichts, ich muss nichts. Ich habe nichts. Bago. 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 Oh. Hallo Detlef. Ah, die ist jetzt was die Frage wegen Hauteyp. Kennst du den Hauteyp? Oh. Oh. Wo ist das der Hau? Detlef? Bist du im Haus drinnen? Detlef? Ich glaube das ist... Aber man kann nicht da rein und wieder raus sein Ich weiß es nicht. Detlef? Was soll ich das Haus zerstören? Was ist jetzt? Warte mal, habe ich Detlef? Detlef in der Tasche? Ich glaube ich habe Detlef in der Tasche. Detlef, wo willst du hin? Willst du irgendwie... Wo machen wir Urlaub bei Detlef? Warte mal, was soll ich denn jetzt... Warte mal, was soll ich denn jetzt... Warte mal, was soll ich denn in eine sitz? So, ok. Detlef, kommst du raus? Oh oh. Komm da. Okay, die ist noch zu. Detlef? Kommst du raus? Oh oh. Detlef nicht im Haus drinnen. Im Haus drinnen? Ja, ich weiß. Kommst du raus, Detlef? Warte mal, was kann ich machen? Detlef, ham ham, hapa hapa Detlef. Detlef neues Haus. Nein, entschuldige, nicht du schon wieder. Ah verdammt, ich... Nein, zieg dir was aus, zieg dir was aus, zieg dir Hosen aus, zieg dir Hosen aus. Ich sollte nicht so viel Feier angehen. Zieg dir Hosen aus, bitte. Warum bin ich schon wieder hier verdammt? Ok. Detlef, hapa hapa gibt es. Mittagessen da. Hapa hapa Detlef. Ha, Detlef Fernsehen. Warte mal, Detlef? Hä? Achso, Detlef tut Fernsehen da drinnen. Ah, okay Detlef, was tust du Fernsehen Detlef? Ah, Detlef. Okay, Detlef schau Detlef. Okay, lass dich da mal irgendwie sitzen. Hoffentlich kommt der große Franzl nicht wieder. Und dann steht das Haus mit dem Detlef drinnen. Hey Detlef, wie auch Fernsehen. Haus. Fernsehen Haus? Oh! Hä? Was ist dein Haus? Ähm, warte mal. Ist das dein zweites Haus? Warte mal, bist du auch rausgeflutscht irgendwie? Wo Detlef, was ist noch was? Wo Detlef, was ist noch was? Hallo Detlef. Hallo Detlef. Ähm. Ja, hallo Katz. Äh, hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann machen wir das Fenster zu. Hä, wasch. Wasche. Wasche. Wasche? Das ist ein Katz, oder? Russland. Ja, was ist ein Katz? Äh, du bist eh's Appa, Appa. Cooles Kostüm. Kostüm? Warte mal. Das ist ein Kostüm? Hä? Morde in China. Hä? Morde? Aber in China? Glaubst du wirklich dieser? Glaubst du wirklich dieser, dieser Kostüm? Detlef? Hä, Detlef haben auch Kostüm. Oh, Detlef. Warum hast du noch ein Kostüm? Detlef? Warum hast du ein Kostüm Detlef? Äh. Hä? Detlef waren auch verkleiden. Auch verkleiden? Ok, Detlef. Ähm. Ich muss noch Führer sein. Stimmt ja. Kostüm von Detlef. Hä? Hallo. Detlef, nein. Detlef, der ist gruselig. Nein, Detlef, der ist gruselig. Detlef. Hä? Detlef verböse. Ja. Kostüm wieder an. Warte mal, bist du wirklich? Warst du wirklich der? Oh. Oh nein. Nicht der. Ich bin DJ Bobo. Hä? Popo. Wir wissen, dass du DJ Bobo bist. Wir wissen es. Okay? Ich bin DJ Bobo. Hä? Ja, DJ Bobo. Bobo ist wo krank rauskommt. Somebody dance with me. Wer wer danst mit dir? Somebody dance with me. Wir haben es verstanden. Ja. Teleport. Teleport. Ja, mach den laut. Oh. Äh. Oh. Somebody. Ja, somebody. Was ist das? Die IFK? Die IFG? 10K? Mach den? Boah, ist das laut. Okay, warte. Der nennt so viel Munition. Äh. Geh mal wieder raus. Warte. Hallo Vermieter. Warst du nicht? Warst du nicht für ein Lärm? Ein Lärm? Ja. Ähm. Ja. Ja. Ja, ist ein Lärm. Ja, äh. Was ist das für ein Lärm? Die ist nicht erlaubt. Amiden wollen's? Ich will nicht amiden. Ich will ja. Amiden? Was ist denn da passiert? Das ist unerklärlich, okay? Unerklärlich. Warte, was? Wer ist denn das? Warte mal. Der scheint doch schon längst im Grab sein. Werden? Ähm. Wer? Da wo bist du? Oh, hallo. Äh. Warte mal. Ist hier irgendein Block? Das ist nicht erlaubt. Oh, das ist nicht erlaubt. Wo ist das? Wo bist denn du? Also das? Ja, das ähm. Das ist eine kleine Machmaschine. Ich bin im Krankenhaus. Kannst du mal ausprobieren. Äh. Oh, das ist ein Eis. Was? Machen, machen, machen. Sessi, du. Oh. Äh. Oh. Hast du noch aufgesen? Ja. Oh, hallo, Starwood. Du warst da schon lange niemanden. Wo warst du? 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 Oh. Okay. Ah! Hallo, Nopies. Schon lange habe ich ihn gesehen. Äh, ja, was hieß? Nopies. Wusstest du, wusstest du, wusstest du, wusstest du, wusstest du es Nopies? Ah, ja, ich kann nicht. Spielzeug. Nopies, Nopies. Nopies, Nopies. Nopies, Nopies. Nopies, Nopies. Oh. 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 Okay, ich glaub ich hilft da. NOPIEEEEEEEEEEEEEN. Nopies. Ja, das ist das für ein Helikopter! Äh, ich glaub, ja, hotgott, äh, den Helikopter muss ich auch machen, den hat sich wegdelapodiert. Das ist ein Hyper! Oh! Noppes! Äh, Noppes, bist du jetzt die weibliche Noppes? Du weißt, äh, nein, ich glaub nicht. Noppes? Noppes? Noppes 2? Noppes 2? Du hast nämlich weibliche Arme. Noppes 3, äh, äh, äh. Oh, ich glaub, das geht zu Sonnig für ihn oder? Das ist das Helikopter, das ist aus dem Flugzeug? Ah, ja, ich glaub beides. Was sollst du genauer aus meiner Wohnung? Das ist meine Wohnung ... Geassi! Da. Also, was ist das deine Wohnung? Äh ... Geassi! Ok, ich kann nicht sparen. Ah, ja, Geassi! Was ist jetzt ein Helikopter oder ein Hubschrauber? Ja, ist denn Helikopter und Hubschrauber in Server? Oder war das ein Gyrokopter? Was ist ein Gyrokopter? Ist das so alles bitte net, eigentlich. hallo schweinl schnitzel schnitzel ja schnitzel achso du bist das schwein warte mal bist du bist du geflüchtet vor der schnitzelfabrik ja okay so ähm ich glaube das ist so schaut der freund aus ich glaube ich sollte das lieber nicht äh bleib mal stehen na mach das nicht ok da ist der schwein na komm her ich werde dich jetzt fressen okay du wirst mich jetzt nicht okay ich glaube es läuft jetzt glaube ich eh warte mal hab ich dir was gehört gerade? warte mal was ist da vorne draußen? lange genug bin ich schon bedankt jetzt gehts endlich los meine ganzen kameraden jetzt werden wir planen die bankkonto öffnen weltweit ja und mutti du da unten du wirst auch dein bankkonto aus äh so ok was auch immer der macht ich hoffe weltherrschaft irgendwie bankkonto warte mal das muss man genau anschauen äh hallo ähm hallo warte mal so so was für bankkonto öffnen die welt wird keine blöcke mehr haben die welt? du wirst das bankkonto warte mal fährst du das da unten? die Leute haben mich nicht respektiert servos ich bin der mutt ich bin die mutt das ist die mutte glaube ich okay bankkonto mutter die komplette welt ich hab dich lieb aber du wirst auch zu einem zinssatz konvertiert zinssatz konvertiert? ok das ist jetzt nicht gut oder? der leitzins wird sich erhöhen ich glaube da ist der rote knopf ich hab mal schwitzerkäse oh oh schwitzerkäse? ok roten knopf die bankkonto? die bankkonto? die bankkonto? und aus diesem grund werde ich mich jetzt ein bisschen hier rüber begeben und diesen großen roten knopf betätigen betätigen? was wars? die welt wird sich für immer verändern und ich lose das bankkonto werde in die geschichte eingreheern holos? oh oh hat er jetzt gerückt? warte mal hat er wirklich jetzt gerückt? passiert irgendwas? oh ah 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 warte mal äh hallo warte mal ich glaube der macht das glaube ich gerade ich glaube hat er schon gerückt? ich weiß es nicht hat er gerückt? oh ah oh es explodiert! ok ok äh alles explodiert! ok da muss ich rein! äh detlef alles explodiert ich muss rein. alles explodiert glaube ich ein neues bankkonto wird entstehen detlef 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 hallo hallo detlef bist du da? detlef bist du da? äh stehe ich brauch du Hilfe Detlef? Hallo Detlef. Schau, die Welt, der Typ, Bankkonto-Typ hat gerade alle Dings. Wir können die Welt springen, bitte. Kannst du mir helfen? Bitte, bitte. Ich würde explodieren. Der hat auch ein Bankkonto erstellt. Bankkonto? Ist auch ein Bankkonto erstellt, ja. Kannst du mir helfen? Bitte, bitte, bitte. Nein, Minz. Halt Minz. Ich will die Hilfe, Detlef. Oh, schnell, der ist alles explodiert gerade. Ja. Was ist das? Was ist das? Schnell, schnell, schnell. Ja, hast du das? Nein, Hilfe, irgendwie. Oh, okay, wo bin ich? Warte mal, ist das jetzt? Oh, nein, das andere Detlef ist das Ding. Wo bin ich? Okay, so schnell, das ist ein rotes Flugzeug. Ich glaube, der Detlef hat das hergerichtet oder so. Schnell, bevor hier da, irgendwie alles explodiert. Okay, ähm, okay, kann ich fliegen. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, der explodiert, ich glaube, alles. Hört ihr, hört ihr das auch? Oh, oh. Und der Erdbeam ist auch noch alles. Schnell, schnell, wegfliegen, wegfliegen, wegfliegen. Oh, nein, die hat auf den, nicht auf den. Schnell, wegfliegen. Wegfliegen, 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 wegfliegen. Schnell, schnell, schnell. Äh, ja, irgendwie würde ich sagen, jetzt. Äh, das war's, äh, mit der, mit der Dingsd. Oh, du schießt, überall. Ich fliege jetzt schnell, irgendwie, glaube ich, in die Alpen oder so. Ja, was, selber nicht. Ich fliege jetzt, glaube ich, irgendwo hin. Ähm, hoffentlich. Oder auch von anderen Planeten. Ich weiß, was, ich weiß, selber nicht. Äh, schnell, ich habe Angst, dass ich beeldet. Jetzt, irgendwie, glaube ich, Dingsd. Vielen, für, äh, danke fürs Zuschauen. Ich war einfach auf Fanzl. Oh, wo bin ich, glaube ich, bin irgendwo, äh, irgendwo ganz oben. Wie gesagt, äh, lasst einen Like und ein Abo da. Und, ähm, ich glaube, ich fliege gerade runter. Äh, lasst einen Like und ein Abo da. Und, ähm, tschau. Ich bin Fifthfarbe. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.